Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Hydronier. So ich habe da vorne die Wand wieder weg gerissen, weil ich dachte mir, ich möchte es irgendwie anders machen. Ich weiß nur noch nicht wie. So ich habe jetzt auch mittlerweile einiges Material gekauft. Ich habe auch mal Dachteile gekauft, weil ich mir nämlich vorgestellt habe, dass wenn wir das hier vorne machen, jetzt werde ich erst einmal das hier wegziehen. Zwei Türen habe ich auch geholt. Dann werden wir nämlich mal, wenn die Fenster kann ich jetzt erst einmal dahinter bringen. So, dann habe ich hier natürlich ganz viele von den Blöcken noch geholt, weil ich möchte das nämlich so richtig einkreisen hier in der Mitte. So. Und Moment, wo hast du die? Da. Weil ich würde das gerne hier innen drin schneefrei haben wollen. Und dass es hier innen schneit, ist eher unwahrscheinlich. So. Mal ein bisschen zusammenkehren, ne? Nein, da hin. Und das ist Wahnsinn, was da schon rausgelaufen ist. Alles an Zeug. Echt da haben wir. So. Also man sieht es ja auch, ne? Hier dieser Strom an Steinen. Mittlerweile lasse ich da hinten auch alles weiterlaufen. Also auch die Eisbrocken lasse ich jetzt weiterlaufen, weil da hinten braucht nichts mehr rein. Das läuft jetzt alles hier über den Großen und dann passt das schon. Ich habe dann auch noch mal diese Elektronik-Sachen mir angeguckt und dabei habe ich dann noch mal Teile gefunden. Und zwar diese hier. Das ist der Logik-Inhaltsleser. Liest den Flüssigkeitsgehalt von Schmelzöfen, Eisschmelzen, schweren Erntemaschinen und gibt ihn als logischen Wert aus. So. Das Einzige, was ich jetzt dummerweise vergessen habe, das ist natürlich das Lesegerät. Also es gibt nämlich da ein Teil noch, das eine Zahl anzeigt. Und das habe ich leider vergessen. Aber das ist mir jetzt eigentlich egal, dass ich das jetzt nicht habe. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch das Häuschen bauen. Und dann denke ich mal, ist es gut. So. Mal schauen, wie lange das dauert. Ich denke, zwei Parts werden wir auf jeden Fall brauchen, weil das ist ja noch nicht alles, was ich hier machen will. So. Ich wollte das dann hier einbauen. So, dass man immer noch an das Ding hier kommt. Und da ich jetzt hier sehr viel mit den Türen machen möchte. Ich will jetzt mal schauen. Ne. Ne, ne. So. Also wenn dann so, dass wenn ich die Tür aufmache, dass ich dann da hinkomme an dieses Teil. So. Hier ist natürlich so die Sache, da müsste ich jetzt eigentlich eine zweite Tür hin machen. Ne, lass das mal einfach. Ich werde das Ganze einfach ein bisschen einbauen hier. Mal gucken. Mal gucken, wie ich das mache. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, ich baue hier auf jeden Fall noch einiges an Steinen hin. Weil ich möchte ja da die Fertigung irgendwo hin machen. Und da bietet sich eigentlich der Platz hier am besten an. Und ich würde gerne einmal ausprobieren, wie das funktioniert mit der Schmelze, mit der elektronischen. Dafür werden wir uns jetzt einfach mal das rausholen, was wir, genau, was wir nicht unbedingt brauchen. So. Und zwar dieses Teil hier. Das ist ja eine Schmelze, wo man vorne einen Wert eingeben kann. So. Schauen wir mal. Das ist jetzt auf jeden Fall dran. Das ist gut. Dann schmeißen wir jetzt mal den Brocken hier oben rein. Dann schmilzt es. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 100 eingebe, dann... Aha. Das ist natürlich äußerst intelligent, dass das seitlich rausgetrocknet ist. Und das sind jetzt die 100, ja? Ne. Das sind 10.085. Hä? Ach so. Wahrscheinlich, weil der Stein oben drüber noch wiegt. Kann ich mir vorstellen. So. Passt schon. Dann müsstest du jetzt 100 haben, ne? Hä? Okay. Wie soll ich mir das vorstellen? So. Ich tue den rein. Ich habe jetzt 100 eingegeben. Wenn ich dann auf grün drücke, müsste doch normalerweise dann der Brocken 100 wiegen, oder nicht? Was soll das für ein... Das ist jetzt wieder so ein Moment, den ich nicht kapiere. Jetzt könnte es natürlich sein, dass ich irgendwie so einen... So einen Ding, den ich noch brauche. Wie man sagt, bei der Reparatur vorne haben, das Teil mit den zwei Pfeilen. Dass ich sowas brauche. Ähm. Ne. Wahrscheinlich brauche ich dann nochmal so einen Teil. So einen Bestätiger oder keine Ahnung, wie das Ding sich nennt. Aber gut. Haut nicht so hin, wie ich mir das vorgestellt habe. Also kommst du jetzt wieder weg. Du kommst in die Ecke. Geh in die Ecke und schäm dich. Wie gesagt, mit dem Logik möchte ich mich eigentlich gar nicht so befassen. Das ist für mich eigentlich irrelevant. Das einzige, was relevant war, das war die automatische Reparatur. Die finde ich sinnvoll. So. Machen wir mal die noch fest. Die sind schon fest. Ähm. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich die festmache. Noch keine Ahnung. So, dann wollte ich mal schauen, ob ich das machen kann mit den Treppen. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass das mit den Treppen auch hinhaut hier. Dass man die so überlappen kann. Aber anscheinend täusche ich mich da. Ne, das geht leider nicht. Schade. Schade, schade. Schade Marmelade. Dann mache ich eben das so. Und so. Dann ist das ja auch in Ordnung. Man kann hier runter gehen und gut ist. Ähm. Da könnte ich allerdings dann anstatt der Treppe hier. Moment. Und anstatt dieser Treppe hier. Ähm. Wo sind meine Würfel? Da. So. So. Und so. Dann. Das sind die Breiten. Wo sind die schmalen Leitern? Ich kann mich ja da drauf legen gleich wieder. Habe ich die noch vorne? Wahrscheinlich, ne? Da. Da habe ich die schmalen Leitern. Weil ich möchte nämlich ein paar schmale Leitern verwenden auch, um nach oben zu kommen. Und so. Gut. Also mir gefällt es. Hier sind glaube ich nur... Ja, okay. Ich habe eine Lupe, habe ich auch mal gekauft. Weil ich einfach hier mal gucken wollte, ob die schon irgendwie angeknallt sind. Aber die haben alle 100%. Hier wissen wir es ja, ne? Das sind halt die Reparaturteile. Das Ding dürfte auch nicht kaputt sein. Also es dürfte eigentlich sonst gar nichts kaputt gehen. Weil ja alles schon durch die... Dinger läuft da. Durch die... Ihr wisst schon. Das heißt, Lupe erstmal weg. Die packe ich jetzt hier auf das 1er. Dann habe ich gekauft... Eine Säge. Eine Handsäge. Einfach, dass ich sie hier habe. Brauchen werde ich sie nicht. Aber ich wollte es halt einfach mal kaufen. Lass mich durch. So. Die kann ich wieder aufs Band schmeißen. Weil wir haben ja... Da oben die Barren liegen. Das sollte ja auch ganz normal laufen. Ah ja, stimmt. Bei dem Ding haben wir noch nichts, ne? Da fehlt noch der Erz... Äh, der Brocken. So. Dann habe ich hier noch was. Was habe ich denn da noch? Ah ja, Druckmesser. Hatte ich da einen gekauft? Oder hatte ich da... Ah. Wie gut, dass die Trichter holt sind, ne? So. Dann kann ich die Teile nämlich auch wegschmeißen. So, weil die werden wir nicht mehr brauchen. Gut. Und ansonsten... wird es jetzt hier... Vielleicht brauche ich hier noch Blöcke. Ich glaube, ich habe 50 so Betonblöcke gekauft. So. Und dann soll nämlich hier auch die Werkstatt herkommen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das mit dem Zurückleiten mache. Das werde ich wahrscheinlich oben drüber leiten. Ich werde mir wahrscheinlich hier mal eine Werkstatt hermachen. Mit hier Wasserauslass. Der geht dann nach oben, geht rüber, geht runter. Weil hier würde ich nämlich gerne dann eine Tür reinmachen. Stell mal die Leiter ein kleines Stück weg. So. Hier quasi eine Tür. Das ist ja Außensicht. Dann können wir nämlich... da eine Treppe hermachen. Na, komm. Dann geht man hier rein. Und hier muss man dann quasi unter dem Bogen durchgehen. Deswegen muss ich das jetzt noch irgendwie... Ich lege euch zweimal da hin, weil ich würde nämlich gerne nochmal irgendwo so Druckmesser oder was hinmachen. Vielleicht kann ich... Ah, hier könnte ich doch einen hinmachen. Einfach, dass halt da einer ist. Jawohl, danke fürs Speichern. So, was haben wir noch zum Festmachen? Die Dinger hier. Das ist alles fest. Dann würde ich sagen, mache ich die Tür gleich fest, weil die werde ich da nicht mehr wegmachen. Dann kann ich dich festmachen und dann ist gut. So, dann ist jetzt die Sache mit dem Rohren. Ich löse dich nur mal. Dann würde ich sagen, wir brauchen einmal... Wir brauchen einmal gerade Rohre, ganz klar. Das heißt also, da musst du hin. Keine Ahnung. Bögen. Ihr seid T-Stücken, ne? Ja, ihr seid T-Stücken. So, die Suche nach dem Material. Hab ich auch schon weggefahren. Ich wollte einfach mal ein bisschen aufräumen. Weil hier so viele Wägen rumstanden. Jetzt kommen sie wieder zurück, die Wägen. So. Sag mal, ich habe doch gerade geschlafen. Jetzt wird es schon wieder so guste. So. Hier muss natürlich dann einer sein, der nach oben geht. Und hier oben muss natürlich einer sein, der nach unten schaut. Okay, dann haben wir sogar... zwei Breite. Genau, den muss ich dann noch da hin machen. Kann ich ja eigentlich gleich mal... zumindest mal da her machen, ne? Weil sonst tropft mir das die ganze Zeit. Ja, das ist doch schön. Zack. Und dann müsste jetzt hier im Grunde die, meine Fertigung herkommen. Mit Säge und allem. Und das Einzige, was ich dann eben noch nach oben leiten muss. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, wie viel ich da hinmachen kann. Wo sind meine Bänder, das sind die Abzweiger. Da. Mit denen renne ich ständig vorbei, ne? So. Das wäre dann quasi hier das erste Band. Wahrscheinlich habe ich jetzt davon nicht genug, ne? Kann ich mir gut vorstellen. So, dann brauchen wir hier natürlich ein Nummernfeld. Halt, warum halt? Ne, das habe ich da nicht. Habe ich das da vorne gelassen? Das eine? Oder habe ich das zurückgetragen? Ich glaube, das habe ich hier drauf geschmissen. Da. Da bist du. Dann würde ich hier die Säge hinmachen. Dann können wir hier das Nummernfeld, ups, hier das Nummernfeld hinmachen. Säge, 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 wo habe ich dich hin? Ich habe dich irgendwo mit drauf geschmissen. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Oder habe ich dich da drüben stehen, das? Oder habe ich dich hier mit nach innen genommen? Ah, da. Okay. Habe ich mit nach innen genommen. So, das wäre dann mein Spucker. Dann spuckt es mir hier wieder das Teil raus und das andere Zeug läuft weiter. Insofern würde ich sagen, kommt das jetzt mal weg. Ich stelle das einfach mal ab. So, dann kommt hier auch kein Gerades hin. Sondern hier kommt Kurve hin. Und dann geht es eigentlich sofort nach oben. Dann muss ich da oben wahrscheinlich nur eine Kurve machen. Aber ich kann dann hier noch durchlaufen. Und die Frage, reicht es von der Höhe? Doch, reichen tut es schon. Das geht schon, ne? Ein bisschen nach vorne schieben. Ich müsste das dann nur irgendwie bis hierher leiten, dass dann hier die Steine drauf droppen. Das könnte ich... Ja doch, also von der Höhe her passt es schon, ne? So. Dann müssen da oben natürlich noch gerade Stücken hin. Jetzt ist nur die Frage, kann ich, ob ich das hier kerzengeradaus einfach drüber leiten kann. Aber ich glaube, da komme ich ins Gehege mit dem Zeug. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch mal eine Abbiegung machen. Aber macht ja nichts. Ich habe ja extra viel von dem Zeug gekauft. So. Machen wir vielleicht sogar eins weiter. Und dann sollte es quasi hier vorlaufen und dann da drauf droppen. So, hier brauche ich einen Abzweig nach rechts. Das ist jetzt links, aber das macht auch nichts. Links brauchen wir ja auch. Muss er da oben hin? Oh, nee. Da muss der hin. Hier. Zack. Nach links. Noch einen links. Den brauchen wir aber nicht. Links, glaube ich, brauchen wir gar nicht mehr. Jawohl. Das ist nur die Frage, ob ich genügend rechtsdrehende habe. Rechtsschiebende. Gerade, gerade, da. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie die gefallen sind. Ich weiß nur, dass ich auf der gegenüberliegenden Seite, wenn das dann hier runter droppt, dass ich da noch mal so eine Rampe gemacht habe. Eins noch, ne? So. Und dann wird es hier getroppt. Schwupp. Da ist dann auch noch mal so ein so ein Schrägding. Die ich Warte mal, wir brauchen da ja auch noch mal einen Rechtsabbieger Upsa. Wenn der es immer speichert, ne? So, in dem Moment, wo ich das hier einschalte, fängt der das automatisch an zu laufen. Insofern sollte das dann schon alles passen. Ich hoffe, dass ich jetzt ja nicht wegen einem Teil losfahren darf. Ich weiß halt leider nicht, wie viele da jetzt noch drauf sind. Weil ich habe nämlich schon sehr viel verbaut. Ich habe gedacht, da hüpft irgendwas. So, dann brauchen wir von den Teilen was. Ich schmeiße mal eins daher. Und gleich das zweite. Genau so. Und so. Da bin ich mal gespannt. Normalerweise sollte das hier schön bogen, dann hier drauf und dann hier in die Mitte rein. Und da haben wir einen gerade. Ja, wir haben ja genug. Da kann ich ja noch mal einen draufsetzen. Ich habe ja da ein paar davon gekauft. Könnte ich das quasi da auch machen. Dass das Teil, was dann hier rein droppt, dass das dann auch noch mal zentriert wird. Und schön, wie das alles läuft. Nichts bleibt hängen. Doch. Ist schon der Wahnsinn, wie groß diese Klunker sind, die da durchlaufen. Jawohl. Hauptsache es droppt richtig. Von den Rubinen kommen da echt viele. Weil ich das immer so beobachtet habe. Und natürlich kommen dann meistens Maragde, aber hier kommt echt eins Rubin nach dem anderen. Naja gut. Egal. Leg den mal schlafen. Dann haben wir es gleich wieder hell. So. Dann haben wir das. Dann muss das Ganze jetzt natürlich noch hier angeschlossen werden mit strömlichen Sachen. So. Ich denke, das reicht. Dann muss ich jetzt nicht bis nach vorne fahren. Ich bräuchte nur Bögen. Ist die Sache. Ich habe jetzt glaube ich genau den falschen mir genommen. Ah ja, da sind jetzt nur gerade Teile drauf. Na danke. Ah nee, doch. Da ist ein Bogen. Hallo. Jetzt. Gut. Dann machen wir mal hier. Ja, ist egal. Und dann drehen wir mal hier das Dingenschen hier. So. Dann müsstest du jetzt loslaufen. Du läufst dann da hoch. Es läuft natürlich etwas langsam. Hier entlang. Hier entlang. Und dann drop und drop. Gut. Ach, den habe ich wieder reingeschmissen. Den Kristall. Jetzt probieren wir jetzt einfach mal. Jawohl. Der kommt raus. Müsste 100 haben. Jawohl. 100. Und der andere. Der tropft es noch. Da ist er. Jawohl. Dann droppt er aufs Band. Und droppt hier rein. Jawohl. Wunderbar. So. Schmeißt ihn einfach mit hin. Gut. Jetzt bräuchte ich halt den Hammer. Weil wenn, dann möchte ich das jetzt bitte erst einmal festmachen hier. Nicht, dass ich wieder irgendwas aus Versehen hochhebe. Ihr seid alle schon fest. Mehr Platz brauche ich ja auch gar nicht. Also das reicht mir ja voll und ganz. Hier geht es auch darum, wenn ich jetzt halt hier den Kernstein noch durchjagd, dass ich dann das große Stück erst einmal noch festhielt. So. Einmal fallen lassen. Einmal stöpseln. Einmal stöpseln. Dann ist das zu. Dann kann ich so langsam anfangen, dass ich das in ein Gebäude reinbaue. So. Dich lasse ich mal hier liegen. Den Druckmesser würde ich sagen... Machen wir da einfach über die Tür. Jawohl. Dann sehen wir einfach hier den Druck, wie er da ist. So. Passt. Das ist gut. Dann würde ich sagen, du kommst mal weg. Dann... Die Geraden brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Das heißt, ich kann dich da mal hinstellen. Dann möchte ich gerne das Ganze hier... Oh, das geht. Cool. Also aber dann immer noch die Frage, ob das dann auch durchläuft. Außer ich mache das im Innenbereich andersrum. Dass ich quasi das Holz außen habe. Wo sind die kleinen? Ich weiß es nicht. Halt. Ähm... Y... Ne, T. R. Jetzt. Genau. So, dass die gerade Fläche oben ist. Dann ist es, als würde ich das da draufstehen. Ich kann ja hier trotzdem schön durchlaufen. Ähm... Mach ich das? Oder mach ich das nicht? Ich... Ich weiß es nicht. Mach mir die Tür zu. Es zieht. Dachteile, die kommen aber dann erst später. Die Abzweige... Die ich jetzt eigentlich auch nicht mehr brauche. Da seid ihr. Dann müsste ich quasi hier mit den kleinen Teilen arbeiten. Was aber dann auch ein wenig komisch ausschaut, oder? Weil ich will das hier alles so ein kleines bisschen verbauen, diesmal. Mal schauen, wie das von der Seite ist. Ist das wahrscheinlich hässlich, ne? Ja, und da müsste ich dann eben noch Säulen hermachen. Ähm... Wo habe ich die Säulen? Nehmen wir mal... Die hier. Okay. Schaut doch cool aus. Und wenn ich das dann hier noch zumache, da kann ich jetzt eine große wieder nehmen. Das geht wahrscheinlich jetzt wegen der Waage nicht. Doch, das geht. Dann wäre das schön verbaut. So, ich habe dann hier meine... Mein Wiegemesser. Und dann könnte ich hier auf der Seite vielleicht den... Den Ambuss und so weiter hin machen. Weil das andere Teil, das läuft ja weiter. Hier muss ich ja nur abschneiden. Das andere muss ich ja hier nicht machen. Und der Rest läuft ja dann da oben drüber. Das Ganze wird dann noch verkleidet mit... Da habe ich kleine... Mit Holz. Ja. Okay, das heißt also, ich bräuchte von den Säulen oder ich mache natürlich dann so Stein-Säulen oder was. Die wären ja auch möglich. Schaut glaube ich auch nicht schlecht aus, wenn ich da Stein-Säulen hin mache. Jetzt habe ich nur leider immer jeweils nur eins mitgenommen. Hätte ich gleich 20 mitgenommen, wäre es glaube ich besser gewesen. Ne, so. Auch nicht. So, genau. So hin. Und dann quasi hier so ein Ding rüber. Dann hätte ich hier auf jeden Fall einen Durchgang. Ganz komisch, wie ich anfange. Ich weiß schon. So. Aber ich muss einfach jetzt nicht mal sicher gehen, bevor ich das irgendwie mir kaufe. Tee. Jetzt. Was genau ich dann da mache. Hier würde ich gerne auch was hinstellen, aber das ist mir zu sehr am Rand. Da könnte ich höchstens als... Auch als Deko... Vielleicht so ein Ding hinstellen, weil das ja... Dann flammt. Wie so eine Fackel. Komm schon wieder nicht zum Ende heute, ne? Oh ja. Das geht sogar. Okay. Ja, das schaut irgendwie auch gut aus. Naja, könnt ihr mir mal reinschreiben, wie ihr es findet. Die ganzen Säulen, die sind halt immer irgendwie am Rand, ne? Das ist das Problem. Weil die sind nie irgendwie mittig oder sowas. Die sind immer am Rand. Na gut. Dann denke ich mal, werden das mehr wie nur zwei Parts. Nein, nicht wirklich, ne? Ich glaube, das sieht man nicht gut genug, dann. Ja, mal hinzumachen könnte man es schon, ne? Oder einfach so lassen. Ich glaube, so gefällt es mir eigentlich am besten. Ich glaube, so gefällt es mir am besten. Andererseits... Achso, das war der Kleine. Den habe ich noch nicht festgemacht. Andererseits könnte man dann natürlich auch hier große Säulen machen, ne? Also man sagt, man stellt dann jede Ecke ein, so ein Ding hin. Na, mal gucken. Mal gucken. Alles klar, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch der Part heute gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da. Schreibt mir was dazu in die Kommentare. Nicht vergessen ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.